Nicht hingucken, da ist Pamela Anderson. Nee, das ist sie nicht. Oder, das ist sie? Ich spreche sie an. Nein, nicht. Oh, oh, die Pan-Pizza. Pan-Pizza von Pizza Hut, in der Pfanne gebacken, für den unwiderstehlich krossen Biss. Hi, Pam, auch wieder hier. Klar, weil irgendwie versucht mich hier niemand anzumachen. Pan-Pizza, die ist es. Nein, nein, nein.